Ein Arme an Schiedsrichtern, ein Hund und ein Buch fielen zusammen durch den Wald. Dann decken sie plötzlich eine große, frische Wurst, die mitten auf dem Wege lag. Irgendjemand muss sie verloren haben. Beide Tiere schüttelten sich ewig auf die Wurst und jeder wollte sie für sich alleine haben. Nachdem sie eine Weihung entschieden um ihren Hund gekämpft hatten, einigen sie sich an Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Raffe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Wurst behalten dürfte. Hund und Vogt zugen also die Schiedsrichter ihren Schreib vor der Raffe und der Anmerkung zu schwindeligsprachigen Urteilen. Die Sache ist klar, jedem von euch gehört genau die halbe Wurst. Damit zerbrach der Raffe die Wurst und legte die beiden Teile in die zwei Schaden einer Waage. Das eine Wurstende war schwerer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Nachdem sie mit dem Stück einen großen Arm ab und trat ihn ab. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sich die andere Schale nach unten, abschnapp, bis der Rauch von diesem Teil einhauten ab. Wieder geprüft der Raffe das Gleichgewicht und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück, wo es zu schwer war. Ein Maß an jedem Teil, ein Maß an jedem Teil, bis der Raffe ein Stück ab. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichgewicht an. Die Wurstenden wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuchs immer größer, schien die Lutsch-Butsch. Mal sogar die beiden Wurstzippen verlungen. Mh, die Wurst hat lecker geschmeckt. Mit langen Toten und Schwanz schlichen der Hund und der Fuchs davon. Sie waren so wütend über sich selbst und entschieden sich, dass sie in der Fuchszeit übereinander herfielen und von neuem und von neuem anfingen zu raufen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Amen.